Also der Bartunek und der Imp haben sich zusammen mit Herrn Lebeck hingesetzt und einen Talk gemacht. Gestern. Und heute wurde der jetzt auf YouTube hochgeladen, vor zwei Stunden. Und ich bin sehr gespannt, wie der so lief. Geht nicht so arg lange, aber ich möchte es mir echt gerne anschauen. Also let's go. Hallo Internet, Servus miteinander. Ich habe heute zwei Gäste, einer ist aber ein Überraschungsgast. Ich habe eigentlich nur dem Herrn in der Mitte geschrieben. Barbara Tunek kennt ihr wahrscheinlich aus dem Internet, aus Funk und Fernsehen. Gestern gab es ein Video, da habe ich seine Anti-Vogue-Tierlist geguckt und hatte daran ein paar Kritikpunkte und dachte, ich schreibe ihm einfach mal. Oder du wolltest auch anmoderieren, was passiert ist. Also mein Kritikpunkt ist halt, du hattest eine Tierlist, wo echt viele Rechtsaußendeute drauf waren, aber dann auch Linke, die auch Vogue kritisieren. Das heißt so ein bisschen so, als würdest du sagen, du hast hier ein Lager und alle, die Feinde von diesem Lager sind oder Gegner von diesem Lager, sind dann auch irgendwie ein Lager. So, als würdest du irgendwie zusammenfassen, alle, die bei der, da hatte ich ja gestern den Vergleich auch gebracht, alle, die bei der EM nicht für Deutschland spielen, sind quasi so ein Team, das gegen Deutschland ist. Was halt keinen Sinn ergibt, weil halt mehrere Teams gegen ein Team sein können. Das war es okay so. Ja, also ich danke für die Einladung, lieber Pimpf. Und ich freue mich auf das Gespräch. Du hast Probleme mit der Anti-Vogue-Tierlist, scheint dich ein bisschen getriggert zu haben. Und deshalb reden wir gemeinsam drüber. Also wir können dir eigentlich mal einblenden, das ist das Video, was du gestern gemacht hast, da hattest du einen anderen Sidekick, den, also... Einen anderen Sidekick. Jetzt nicht der, der da heute ist, aber den kennt man auch, Gregor, und ihr habt hier Leute einsortiert. Ihr habt wirklich sehr viele Menschen hier eingeordnet und eure Meinung über die Kund getan. Und ich bin hier auch zu finden und einige Leute, die ich auch kenne und einige Leute, die ich nicht kenne. Gut. Ja, also ich war ursprünglich bei Kritisch und Plug und dann meinte der Chat so, ey, jetzt hast du aber voll Hugo verharmlost. Und dann meinte Gregor so, nee, also ich finde eigentlich schon, dass der schlau ist. Und dann kamen nochmal so fünf Chat-Nachrichten, aber jetzt hast du ihn verharmlost, das durftest du nicht. Und dann sagt er so, okay, er ist Mitläufer. Aber so, in diesem Moment macht er einfach nur genau das, was der Chat ihm sagt. Und da nennt er mich Mitläufer. Jetzt muss ich hier wieder umschalten, weil dieses... Der Headlayback liest ja einfach ein Buch. Jetzt haben wir Layout hier benutze ich nie mit drei Leuten. Ja, aber damit wir wissen, worum es geht. Wie viele Leute waren... Ellie ist hier einfach ein Buch. Und das insgesamt, ich hab jetzt nicht durchgezählt, aber so ungefähr... Da müssten so 30 Leute sein, oder? Was du da so drin hast. Ich glaube, es waren sogar 40, ich bin mir nicht sicher. Okay. Apropos, um euch das jetzt auch schon mal zu sagen. Wir machen nachher, da werde ich hinraiden, um 21 Uhr bei Realtalk ist das eine Vogue-Tierlist. Haben wir zwar ein bisschen von Brotfunk quasi die Idee geklaut, aber weil die das auch schon mal gemacht haben, aber wir haben es eigentlich die Inspiration von dieser Anti-Vogue-Tierlist hier bekommen. Da haben wir auch ziemlich viele interessante Leute drauf. Wir haben ziemlich viele interessante Kategorien. Zusammen mit Outlaw und Nachtschmied werde ich das machen. Bleibt einfach bei meinem Stream dran, ich rate euch dann eh dahin. Ich war nicht drauf, ich weiß auch nicht warum, ich hatte dann schon ein bisschen Stress. Und ich hab das mit dem Gregor, also der war nicht Sidekick, wir haben das gemeinsam gemacht. Also der Gregor, der ist ganz sicher kein Sidekick. Ein bisschen hin und her geschickt über WhatsApp und dann haben wir das am Abend gemeinsam gemacht. Ihr habt auch gemeinsam ausgesucht, wer da mit rein darf. Ja. Ja, bei zwei Leuten hätte ich mir das denken können. Also bei Omri Böhm und Susan Neymann, das war Gregors Idee, richtig? Ja, aber wir haben... Er traut Gregor offenbar ein bisschen mehr zu als Bartunek. Was based ist? Ich, äh, also ich bin Gregor immer noch ein bisschen sauer. Ich finde, man hat ein bisschen wieder erkannt, dass das an dem Punkt, wo halt der Chat geschrieben hat, er muss mich, er darf mich nicht als kritisch und klug einordnen. Und dann macht er das einfach, weil der Chat das gesagt hat. An dem Punkt bin ich dann wieder ein bisschen mehr zu der Erkenntnis gekommen, ja, also der ist schon ein bisschen Opportunist. Tatsächlich hat diese Einordnung zum Mitläufer ihn selber für mich ein bisschen mehr zum Mitläufer gemacht. Aber ich werde jetzt auch nicht komplett fies zu ihm sein, also ich mag Bartunek deutlich weniger. Wir haben uns das hin und her geschickt, ne, so, wer kommt drauf und, äh, ja, ob das okay ist quasi. Okay, ich hatte das so verstanden, dass er davon erfahren hat und es da nicht... Ähm, ja, Polytopia ist drauf. Polytopia ist drauf. Talk mit Erwin sollte ungefähr um 20 Uhr nachher starten übrigens. Die Idee war, auf deinen Mist gewachsen ist. Ne. Du hattest den Talk mit ihm. Ja. Und da hast du zu ihm gesagt, so, du kennst ihn von der Woken Tierlist. Richtig. Und wir haben dann geredet, Gregor und ich, und dann sag ich so, na, wie wär's, wenn wir eine Anti-Woke machen? Und dann haben wir das gemacht gemeinsam. Gut. Jetzt sind die beiden ein bisschen zu leise, mach ich's kurz lauter. Du weißt, wer auf der Woken Tierlist drauf war alles? Ja. Und weißt, wer nicht mit drauf war, ne? Ich weiß, wer, äh, drauf war, ja. Ich hatte aber, ich muss sagen, ich hab, also... Das waren aber, glaub ich, nur Leute, die du magst, oder? Ne. Wen denn nicht? Äh, Seth van Doom. Achso. Oh. Er mag eine Person aus der Bubble tatsächlich nicht. Claps an Baba Vatunek. Ausnahmsweise. Hätte ich nicht gedacht, dass es da auch... Ja gut, es gibt immer mal wieder einzelne Leute, die es sich nicht mögen. Aber gut. Immerhin. Immerhin. Wenn ich sagen müsste, wer der Unangenehmste aus der Bubble ist, ja, würde ich probably auch, äh, Seth van Doom nehmen, oder? Ich glaub schon, dass das so der krasseste ist. So, ja, den hat, äh, stimmt, den hat, äh, BAS Vienna drauf gemacht. Ich glaub, den hab ich gar nicht einsortiert. Aber das ist der einzige, oder? Aber den mögt ihr auch irgendwie alle nicht mehr, oder? Ich weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ne? So, äh, ob der einsortiert wurde, oder nicht. Ich weiß halt, dass er drauf war, ne? Na, also Seth hab ich nicht einsortiert. Wie der Herr Lebeck hier einfach daneben sitzt, sein Buch liest und gar nichts checkt. Weil der zu der Zeit gerade gewirkt hat, als ob der, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich's ausdrücken soll, ähm, der wirkte so ein bisschen neben der Spur gerade. Und dann dachte ich, na, den, den lass ich lieber raus, der hat grad so seinen Moment. Das ist, äh, das ist irgendwie langsam gar nicht mehr lustig, was der Typ da macht und was mit ihm passiert. Wenn jemand komplett dumme Aussagen... Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Sub von altruistischer unterstrich Bart unterstrich Boy. Mit extremistisch über alles. Ja, mit Extremismus ist based. Also, ne, nicht Extremismus, aber Radikalismus, von mir aus. Extremismus mit Gewalt und so. Bin ich draußen. Passiert und Gregor kannte ich nicht. Ich glaub, der ist NRL neben der Spur. Das, äh, kannst du bewerten. Ich kenn ihn gar nicht so genau. Ich hab nur ein bisschen mitbekommen, wie er Schreitiraden hatte und dachte, okay, dem Mann geht's nicht gut. Der, den kann ich ja auch mal auslassen. Kleine Frage, wann wird eigentlich irgendjemand, wann wird irgendjemand Baba Bartonek erklären, wie man einfach eine OBS-Szene, wo nur seine Kamera drin ist, als OBS-Webcam verwenden kann, dass er nicht irgendwie seine C920 da immer bei anderen in den Streams packen muss. Weil, guckt euch mal diese Qualität hier an. Der könnte einfach seine normale Hauptkamera in Discord reinbekommen. Und das wär nicht so schwer. Soll ich mal ein kurzes Tutorial machen, wo ich ihm das erkläre? Aber, also, das waren da ja jetzt, da waren ja nur so ein paar, da waren ja eigentlich nur Streamer drauf, ne? Da war, du warst da mit dabei, dann waren da irgendwie Curcio und ich glaube Dave, der hat zu der Zeit noch gestreamt oder grad nicht mehr, weiß ich nicht. Dann war da Dekalent mit dabei und Stay und Tilted Floste und so weiter, ne? Die Leute waren da alle. Ja, bei deiner Liste ja jetzt nicht, oder? Na, unsere Liste war, die Prämisse war Anti-Vogue, beziehungsweise Vogue-kritisch und Twitch und YouTube. So, das. Ja, Ombri Böhm. Total. Kennt ihr das, wenn der immer streamt? Schaut ihr auch mal die Streams dann Ombri Böhm? Da, na, an das haben wir uns versucht zu halten. Mhm. Aber du siehst schon gewisse Gruppierungen, wo man nicht so Bock drauf hat, oder? Oder warum man denkt, warum bin ich denn in einer Liste mit denen? Ich kann's, ich weiß, worauf du hinaus willst, na, so, aber das, äh, das, die, die, der gemeinsame Nenner war ja Anti-Vogue. Ja, wow, und der gemeinsame Nenner zwischen, guck mal, wir machen jetzt eine Liste, wir machen jetzt eine Liste der, der bekannten Leute aus Österreich. Hm, ich weiß nicht, ob Barteneck da auf eine Liste möchte mit so gewissen anderen bekannten Leuten aus Österreich. Also, gemeinsamer Nenner gäbe's da schon so mit mehreren Leuten, mit denen man dann deswegen nicht unbedingt auf einer Liste landen möchte. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Ich würde nicht behaupten, dass das Sinn ergibt. Beziehungsweise Vogue kritisch. So, das ist die einzige Gemeinsamkeit. So, na, es wurde ja nicht mal im Ansatz behauptet, dass die, dass die politische Haltung irgendwie ineinander schwimmt oder ineinander fließt. Ja, ja, aber das kenne ich von Raik Anders und so, der auch sagt, wir machen hier einen Film über Trolle im Internet. Also, hier sind Rechtsradikale und hier sind noch so ein paar andere Leute, die vielleicht nicht, aber beim Zuschauer bleibt dann hängen, die Leute haben was miteinander zu tun. Ja, aber das war schon anders von Raik Anders, ne? Warum? Ja, der hat doch gesagt, so, ihr seid quasi die, die da euch, die da euch, die die Leute reingepuschen und so. So hat sich verstanden, ne? Wie, wie die Klammer war bei ihm. Ich hab, du hast doch irgendwann gesagt, so, ich bin der Raik Anders, so. Na, also ich kann's verstehen, ja? Na, wenn, wenn, wenn das damals irgendwie traumatisierend war für dich oder so, na, dass, 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 dass so eine alte Wunde aufgerissen wurde. Aber es war, es war traumatisierend für Imp. Imp hat ein altes Trauma und das hat Bartonek wieder aufgerissen. Ich glaub, genau das ist das Problem, nicht einfach dieses Problem des prinzipiellen Vermischens und dieser fehlenden Differenzierung da, dass man dann eben Lager zusammenwirft, die gar nichts miteinander zu tun haben, nur weil sie beide einen gemeinsamen Feind, in Anführungszeichen, haben, es macht halt nen falschen Eindruck. Auch wenn's faktisch gesehen irgendwie richtig ist, ist es so von dem, was hängen bleibt oder von dem, wie man halt das gestaltet, nicht wirklich sinnvoll oder zielführend. Zumal wir ja auch von, ähm, Kasper Kast gelernt haben, Imp ist woke as fuck. Also kommt halt drauf an, wem man fragt. Das ist überhaupt nicht die Intention. Äh, da irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass, dass alles die gleiche Soße ist. Ja, überhaupt nicht. Das wirkt schon wie ein bisschen in einen Topf werfen, oder? Nee, nee, nein. Ja, für dich nicht, aber... Warum ist, warum ist der Herr Lebeck überhaupt da? Du kannst dir schon vorstellen, warum Leute das so verstehen könnten. Das, das verstehst du, Imp, ich kann's auch, ich sag, ich kann's nachvollziehen auch, warum. Aber das war nicht die Intention und dann wär kein, dann hätten wir keinen, äh... Also, ich mein, das ist doch klar, wenn ein Omri Böhm oder auch ein Bayer Skeptik, so, und, und, und all die anderen, so, ich mein, ja. Er merkt so richtig, wie er nicht einsehen kann, dass das nicht optimal war. Es ist aber bei Bartonek grundsätzlich so. Wir müssen uns auch noch den Talk zwischen, äh, Bartonek und, und Polytopia anschauen. Der Mann kann keine Fehler einsehen. Okay, vielleicht, wenn er sich das jetzt hier anschaut, würde er so sagen, äh, also, also, dieser, dieser 16-Jährige sagt, ich kann keine Fehler einsehen. Aber vor 10 Jahren, vielleicht so, aber so grundsätzlich, einmal mal sagen, ja, okay, war vielleicht tatsächlich nicht optimal, so, das zu gestalten, kann einen falschen Eindruck machen, hätte man anders lösen können. Nee, gibt's bei ihm nicht. Da rudert er lieber ewig zurück, anstatt einfach zu sagen, ja, hätte man tatsächlich anders machen sollen. Aber, das wären ja auch genug Leute, um zwei Listen zu machen, oder? Also, du kannst ja auch, du hast da oben in einer Kategorie Rechtsradikale und Rechtsextreme Influenziär, ja, und da ist nix differenziert, das ist einfach, das sind alle, die irgendwie rechts sind, die kommen alle in einen Haufen. Nee, nicht rechts. Auch da sollte man differenzieren übrigens, also, zum Beispiel, ein Schattenmacher ist nicht auf einem Niveau mit Kasper Kast. Auch wenn die sich wahrscheinlich nicht genug voneinander abgrenzen, ich weiß gar nicht, haben die schon mal was miteinander gemacht, die grenzen sich bestimmt nicht genug voneinander ab, aber allein das stimmt schon einfach nicht. Also, das ist schon eine fehlende, da ist einfach ein Unterschied zwischen, das kann man schon nicht in einen Topf werfen. Rechtsradikal und rechtsextrem, explizit. Und wo ist da der Unterschied? Mit der Gewaltbereitschaft, würde ich sagen. Aber alle, die du oben hast, haben auf jeden Fall ein rechtsradikales Grundgerüst und ein paar von denen gehen schon Richtung Extremismus. Und warum sind die in der gleichen Liste mit bei Skeptik und mit mir und mit Alicia Jo und Omri Böhm, warum sind die... Weil die alle gegen Vokeness sind. ...wie in einer Liste. Weil die Prämisse war, Anti-Voke und Voke-kritisch. Naja, aber ich verstehe den Eindruck. Ich meine, ich hab's ja, bei unserer Voke-Liste machen wir es ja auch so, dass da Leute wie zum Beispiel in Kirchow, aber auch in Polytopia drin sind. Ich würde sagen, Gemeinsamkeit ist, dass sie sich halt, dass sie Voke sind. Einige halt eher mit einem extremistischeren, radikaleren Ansatz, mit krasseren Forderungen und so weiter in diese Richtung. Andere vielleicht eher opportunistisch, dass sie das einfach nur machen, weil sie davon Reichweite sich erhoffen. Und andere, die einfach tatsächlich ehrlich Voke sind und tatsächlich sich gegen Diskriminierung und so weiter einsetzen. Aber da ist ja ein ganz anderer Imageverlust da in der öffentlichen Wahrnehmung, als wenn man jetzt hier irgendwie mit Rechtsradikalen zusammengeworfen wird. Als, also jetzt bei, hier bei einem linken Imp. Das ergibt ja keinen Sinn. Aber Vokeness ging doch die letzten paar Jahre überall rum und von allen Seiten hatten Leute Kritik da dran. Dann kannst du doch auch sagen, ich sortiere jetzt hier Parteien, die nicht die CDU sind. Und dann sagst du, ja, hier ist die Linke und hier ist der dritte Weg und dann tust du die alle schön in eine Liste und dann sagen die, wo ist der dumme Zusammenhang? Was soll das? Ja, der Zusammenhang ist anti-Voke und Voke-kritisch. Aber diese Leute definieren doch Voke nicht mal so wie wir. Ja, aber du definierst das auch nicht wie ein Omri Böhm. Aber mit einem Omri Böhm habe ich da sicherlich mehr Schnittstellen als mit Frank Franz. Ja, deshalb bist du auch, bist du eigentlich gut gelandet so im Mittelfeld. Ich bin im Hogwarts-Legacy-Widerstand gelandet und ich habe mit Hogwarts-Legacy gar nichts zu tun, aber okay. Ist halt ein Joke, ne, Hogwarts-Legacy. Ich würde es jetzt auch nicht, das war... Ein großartiger Joke. Keine politische Vorlesung, die wir gemacht haben. Es wirkt es so ein bisschen, hast du 13 Fragen zum Thema Vokeness gesehen? Nee. Da haben sie auf die eine Seite drei Leute gestellt, die sagen Vokeness cool und auf der anderen Seite stand die CDU. Ja. Ja, was soll das? Was ist das? Aber warum? Ja, aber wem möchte es sonst hinstellen? Also, warte mal, da waren doch... Nein, das stimmt doch nicht mal. War doch nur einer CDU, oder? Das andere war doch sogar... Also, warte mal, warte mal. Soweit ich weiß, waren es zwei CDU-Leute auf der anderen Seite. Das war doch nicht nur die CDU, oder? Lege ich da gerade falsch. Und dann ist es... Ich glaube, das andere war doch sogar ein Linker, oder? Der halt trotzdem gegen Vokeness war. Aber vor allem ist es dann nicht sogar ein ziemlich guter Querschnitt, weil eine relativ große Anzahl derjenigen, die Anti-Voke sind, ja auch prinzipiell eher rechts- oder konservativ sind. Und es gibt dann einen relativ kleinen Anteil von Menschen, die links- und Anti-Voke oder Voke-kritisch sind. Dann würde das nicht so sogar passen, zwei zu drei, zwei, die tatsächlich eher konservativ sind, und eine Person, die dann links, aber nicht Voke ist. Was ist das für eine komische Gegenüberstellung? Es hat doch niemand gesagt, Vokeness cool, oder so. Es war eine Tierlist, so, mit Leuten, die entweder Anti-Voke oder Voke-kritisch sind, und so. Und wenn das irgendwie... Was ja auch nicht das Gleiche ist, ne? Wenn wir das eh nicht, das ist ja eh nicht... Ich mache jetzt eine Liste mit Leuten, die die Linke kritisieren, und das sind dann einmal Leute von innerhalb der Linken, die halt links sind, aber was zu kritisieren haben, und dann halt Neonazis, weil die sind Anti-Links. Eine Liste kann man dann unten schön nebeneinander sortieren und dann sagen so, und jetzt sortieren wir die mal und ordnen die ein. Wir haben zu den Leuten geredet, wie wir sie verschoben haben und so. Also, das ist doch ganz klar rausgekommen, dass das nicht ein Gemengen... Also, das ist doch ganz klar. Für Bartonek ist alles, was er macht, immer ganz klar. Ja, aber irgendwie immer nur für Bartonek. Dass das nicht eine Soße ist. In zwei Stunden, 18, oder wie lange das Ding geht. Na gut, das war der ganze Stream. Ja, mit mal 90 Minuten. Stimmt eigentlich, warum hat J. Wilde... J. Wilde hat gefehlt. Stimmt. Wild. Und Harty Lucy hat gefehlt. Wahnsinn ungefähr. Du weißt schon, dass da dann etliche Screenshots rumgehen, wo die Leute sagen, guck mal hier, ich bin da. Oder die denen das sagen und sagen, hier, guck mal, du bist hier in der und der Liste. Und auf den ersten Blick, wenn man über sowas drüber guckt, dann sagt man doch, ach, fünf von den Gesichtern kenne ich. Wer ist denn da noch mit auf der Liste? Vielleicht gucke ich da mal rein. Wer sind denn die? Und dass man dann sagt, hey, warte mal. Da sind ziemlich viele Rechtsradikale mit dabei, oder? Ja, aber man kann sich das ja anschauen. Also das mit Screenshots rumreichen und irgendwelche Empörungswellen reiten, ist ja kein neues Phänomen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so Welle macht. Ach, hättest du. Natürlich hättest du. Natürlich. Natürlich. Es ist nicht die Hoffnung gewesen, dass das komplett untergeht. Ich meine, man hätte es ein bisschen unterhaltsamer gestalten können, wenn man möchte, dass das wirklich Reichweite bekommt. Aber ansonsten natürlich hättest du. Doch, doch. Ich habe zum Gräber, ich sage, hey, lass uns das machen. Das ist sicher lustig so. Das war vor ein paar Monaten, wurde diese Wok-Tierlist rumgereicht. Wir waren da beide drin. Lass uns das machen so. Du weißt doch, dass man sowas unter anderem auch macht, weil man weiß, die Leute, die man da einsortiert, kriegen das mit. Also das jetzt, was die letzten Tage los war, hätte ich mir nicht gedacht. Vor allem, wir haben extra, es ist ein Omri Böhm drin, es ist eine Susan Neumann drin, der biased skeptisch, die Alicia Joe. Ich meine, das verstehe ich nicht. Versteht er einfach nicht. Na dann. Also wenn Barbara Bartschmink es nicht versteht, dann kann man es auch einfach nicht verstehen, denke ich mal. Hättest du dir nicht denken können? Nee. Okay. Nee, ich habe jetzt gerade auf Twitter auch gesehen, wie sich irgendwer aufgeregt hat darüber. Also ich muss schon sagen, ich finde es lustig, dass das so eine Welle macht, weil das eigentlich eine Lappalie ist, die da geritten wird. Sucht das derjenige aus, der das verursacht hat, was eine Lappalie ist? Guck mal, wie sie hier beide ihn anschauen. Guck mal, guck mal, er ist einfach hier im Kreuzfeuer. Auch wenn er halt wirklich nur die ganze Zeit da sitzt. Na du, ich kann für die Gefühle anderer kann ich nichts. Man kann sich hineinsteigern. Durchweis von Leuten, die überhaupt kein Problem haben mit was wir da gemacht haben, die selber auch drauf sind. Ein paar scheißen sich ein, ein paar scheißen sich ein, weil wir viel zu nett die bei kritisch und klug Leute reingepackt haben. Also Alicia und Vice Skeptic und die anderen beiden haben, glaube ich, keine große Community, die das guckt, oder? Also ich glaube, Susan Leimann wird das nicht mitbekommen haben, dass sie da aufgetaucht ist. Hugo haben sich ein paar Leute aufgeregt. Und wegen Hugo, ja. Der ist aber bei Mitläufer einsortiert worden. Da haben sich ein paar Leute geschrieben. Ja, nee, erst wurde ich nicht bei Mitläufer einsortiert und dann haben sich ein paar Leute aufgeregt. Dann hat sich Gregor gedacht, Mist, Leute im Chat sagen mir, ich soll eine andere Meinung haben. Leute im Chat sagen mir, ich muss jemand anderen als Mitläufer bezeichnen. Na gut, dann mache ich das mal. Also, das, also ich muss ehrlich sagen, was jetzt wieder los war, die letzten Tage, so. Und ich muss auch sagen, bei den anderen ist es wurscht, ich muss auch sagen, mich hat es überrascht, dass du so abgehst auch darauf. Dann bin ich abgegangen. Ja. Ich finde es unverschämt und das weißt du ja. Das ist eine Krankheit, die da passiert ist und das fand ich... Ich finde, das ist einfach, ich glaube, das hier ist das spannendste Drittel. Guckt einfach nur die ganze Zeit auf diese verschiedenen Emotionen, die man da in seinem Gesicht ablesen kann. Schon ein bisschen seltsam. Naja gut, also du kannst dir ja denken, dass ein... Ja, Erwin hat das ja auch gestreamt, der fand es ja auch nicht so geil. Ich finde auch, die Liste sagt ein bisschen mehr über dich aus, als über die Leute, die du da einsortiert hast, aber, also auch wenn ihr so redet, aber... Über wen? Über mich und Gregor. Ja. Und wie war das dann mit der Vogue-Tierlist so? Über wen sagt das dann was aus? Das ist einfach, das war einfach ein scheiß Gag. Aber da waren keine Leute dabei, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, oder? Also der Seth von Doom bezeichnet sich als einen Linksextremisten, der erzählt das auf... Ja, die bezeichnen sich alle als Linksextremisten. Er erzählt das auf... Uh, da muss ich euch eigentlich auch nochmal was zeigen nachher. Aber heute kommen wir nicht mehr dazu. Mache ich morgen oder übermorgen, je nachdem, wann ich wieder live gehe. Es gibt nämlich noch so einen Linksextremisten. Es gibt nämlich einen Linksextremisten, ne? Der seine Flachen abgehangen hat, weil... Nazis zu ihm kamen. Da kamen Nazis, so hat er es bezeichnet, in seine Wohnung und er hat seine Flaggen. Abgehangen. Ja, neitern. Das zeige ich euch nachher oder morgen. Ne, ich weiß nicht, wann ich wieder streame. Wenn es auf irgendwelchen Demos schlägern geht und so... Also... Das ist der darf, ne? Weiß ich nicht so. Und es war auch so, auf dieser Tierlist, es ist ganz klar eine Grenze zum Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus. Und das wurde auch von uns ganz klar so gesagt, ja? So, wir haben dann zwischendurch auch mal... Ich meine, schau, das ist halt auch so bei dir und anderen so. Na, ihr hüpft dann nur durch, was euch interessiert, wo man sich dann gut aufregen kann drüber. Und der Rest ist halt dann scheißegal, ne? Ja, aber ihr habt ja auch dann irgendwie plötzlich irgendwelche Clips von Prototopia angeschaut. Oder... Ja, seid... Seid hergegangen und habt euch irgendwie, ähm... Rote Pandas angeschaut. Wow. Soll man sich das anschauen? Natürlich skippt man da. Das interessiert ja keinen Menschen. Was wir da so gesagt haben, über diese ganzen politischen Influencer oben, das ist halt dann scheißegal. Es geht ja nur darum, ein bisschen miese Stimmung zu machen. Ich hab gar kein Problem damit, wenn du dich mit denen irgendwie anlegst. Ich will halt mit denen nicht in einen Topf geworfen werden. Und ich glaube, das geht vielen anderen auf der Liste auch so. Wurdest nicht in einen Topf geworfen. Guck mal, wenn du zwei Listen machst und du sagst einmal die Anti-Voke-Liste und die Voke-Kritiker-Liste, dann hätte sich wahrscheinlich keiner aufgeregt. Und ich glaube, das weißt du und deswegen hast du eine gemacht, oder? Nee. Da, äh... Also, ich hab schon mitbekommen, na, was du so hältst von mir. Aber man muss halt auch sehen, es ist ein Unterschied, ob du eine Voke-Liste oder eine Nicht-Voke-Liste machst. Weil bei der Voke-Liste hast du quasi alle Leute, die in einem Team sind, weil die sich offensichtlich immer wieder gegenseitig supporten. Jetzt im Speziellen Seth Van Doom und Bartonek nicht. Aber im Allgemeinen sieht man schon, die raiden sich untereinander, die supporten sich. Natürlich gibt's dann auch mal wieder Beef zwischen Einzelnen davon. Aber insgesamt hängen die schon ziemlich eng zusammen. Man sieht die gleichen Zuschauer in allen Chats und so weiter. Wenn man das mal so analysieren könnte, wer da wo zuschaut und wer da wohin raidet und wer da wem folgt, es ist schon ziemlich klar eine nicht ganz geschlossene und eine nicht ganz zusammenhängende. Aber es ist klar eine Bubble. So. Und jetzt macht es schon einen Unterschied, ob du alle Leute aus einer Bubble in eine Liste parkst oder alle Leute, die nicht diese Bubbles sind, in eine Liste parkst. Beim einen hast du eine Bubble und beim anderen hast du alle Bubbles außer dieser einen Bubble. Ist halt schon nicht das Gleiche. Das sind Unterstellungen die ganze Zeit. Den schutze ich mir nicht an, ja. Wartet, 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 wartet. Bartoneck könnte auch sagen. Bist du eigentlich vollkommen dumm, Alter? Das weise ich zurück. Das kann man dann gerne sagen. Aber ich meine, warum hast du, wie gesagt, du hast irgendwie 40 Leute, warum nicht 20 hier, 20 da? Einmal rechte Anti-Woke, da hast du dann den Typen von NPD oder... Der Clip war, okay, der Clip war zu laut. Sorry, mein Fehler. Was weiß ich was. Wer da alles noch mit dabei war, wirklich, also wie gesagt, die Hälfte von denen kenne ich gar nicht. Du guckst dir die mehr an als ich. Ja, aber da hättest du ja auch sortieren können und sagen können hier, das ist, weiß nicht, rechts Parteimitglied, ein rechtes Vorfeld, ein Libertärer, irgendwie sowas. Und dann kannst du über die alle lästern, aber man will halt nichts. Nur die Porsche. Beste Chat-Nachricht ever bis heute. War noch immer. So, abwechselnd mit denen. Auch jetzt sortieren wir noch den Erwin ein und jetzt ist hier ein vom Verfassungsschutz beobachteter Rechtsradikaler und jetzt kommen wir zum Imp und jetzt kommen wir zum KuchenTV und jetzt geht's wieder zu den Rechtsradikalen. Ja. Ja, da kannst du dir denken, warum man das nicht so geil findet, oder? Nee, kann ich nicht. Kannst du nicht? Nee. Ich hab gestern mit Ben das Beispiel gehabt, du machst doch auch nicht irgendwie... Schau, du hast kein Problem damit zu sagen, die Woken sind wie die Identitären. Du hast kein Problem zu sagen mit dem Sinnen, der Rob Bubble, wenn er sagt, es ist cool, dass es eine schwarze Ariel gibt, als ein Rolemodel, dass das rassistisch ist. So, da, da... Ja, das hab ich... Es ist rassistisch, wenn du explizit sagst, es muss eine schwarze geben. Es ist ungefähr genauso, wie wenn du sagen würdest, es muss eine weiße geben. Wenn jemand komplett dumme Aussagen... Komplett dumme Aussagen... Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Von Schöbelin. Danke für den Prime Sub, Schöbelin. Danke. Wir müssen die 100 Sub wieder voll machen, Leute. Ich war zu lange weg. Ich hab nicht so gesagt. Aber bei mir ist dann so eine Empfindlichkeit da, Das hab ich aber so nicht gesagt. Das hab ich nicht so gesagt. Mir ist scheißegal, ob Ariel schwarz ist. Ich guck das eh nicht von mir aus. Der Sinan sagte das und du hast es abgelegt. Ach, der Sinan sagt das. Na gut. Okay. Und er hat sich nicht von der Aussage abgegrenzt. Da musst du dich distanzieren. Wenn der Sinan das sagt, dann musst du sagen, nein. Sinan, ich distanziere mich von deiner Aussage. Deine Aussage, ich mich distanziere. Und dann darfst du nie wieder was mit der Person machen und erst dann wird die Aussage nicht dir angerechnet. Weil ansonsten ist es quasi deine Aussage. Ich hab aber nicht gesagt, dass die Woken sind wie die Identitären. Ich hab gesagt, die Woken machen Identitätspolitik. Das ist was anderes. Das sagen die aber auch selber. Ja. Also Identitätspolitik sagt dir was. Ja. Fändest du cool, wenn man Identitätspolitik Tierlist macht und dann kommen da ein paar von euch mit dabei da rein und dann noch ein paar IW-Leute. Fändest du das cool? Wenn du sagst, Umkleidekabinen nur für Frauen, ist das Identitätspolitik. Ach so. Wenn du sagst, mehr Rechte für Arbeiterinnen und Arbeiter, ist das auch Identitätspolitik. Was will man dazu sagen? Also ich bin ja hier nicht der Linke. Aber come on. Jeder hat mitbekommen, dass Arbeiter sein in einem linken Weltbild keine Identität ist. Absolut jeder, der sich fünf Minuten mit einem Linken unterhalten hat, weiß das. Okay. Da wird ja so, da wird ja, da kannst du noch so blöd lachen. Also jede Toilette deutschlandweit macht Identitätspolitik, weil da gibt es immer Männer und Frauen. Okay. Ja, aber auch Identitätspolitik ist es. Geht es darum, Veränderheiten durchzusetzen oder geht es um was anderes? Ja, ich finde auch, wenn ich jetzt hier irgendwie in ein Theater gehe und da ist halt eine Toilette für Männer und für Frauen und dann stehe ich da vor und sage, ey, ist wie Rassentrennung. Das ist einfach Identitätspolitik. Wieso gehe ich denn da rein und die Frauen sind das alle unglaublich. Ich sage es nicht bewertet, aber das kriegst du nicht auf die Reihe. Das ist für dich Identitätspolitik. Wenn du für Frauenrechte streitest, ist es Identitätspolitik. Naja, komm. Ja. Wenn du für Abruferechte streitest, ist es Identitätspolitik. Also jede Politik wahrscheinlich. Nein, es ist, Arbeiter sein ist keine Identität nach einem linken Weltbild. Also eigentlich nach jedem Weltbild. Das ist eine Bewertung von materiellem Gut. Du schaust dir halt an, ob die Person Arbeiter ist oder nicht. Und das ist dann Interesse, was zusammengefasst wird unter Arbeiterrechten. Das hat mit Identität erstmal überhaupt nichts zu tun. Wahrscheinlich Identitätspolitik. Mit Identitätspolitik, das ist, das ist so. Das sieht man halt, dass das ein Kampfbegriff ist auch. Die machen Identitätspolitik. Und deshalb ist halt so ein Kritiker wie Omri Böhm, der macht das ein bisschen souveräner. Warum hast du denn bei jedem, wo du die Gelegenheit hast, erwähnt, ob der einen Migrationshintergrund hat oder ob der schwul ist oder so? Was war da der Hintergrund? Bei was? Na, also wenn ich zum Beispiel Warnern sehe, ja, dann denke ich, okay, das ist ein Psychologe. Und du musst dann sagen, du hast, als du den einsortiert hast, hast du gesagt, ja, aber der hat übrigens auch einen Migrationshintergrund. Wie bewertest du denn die Arbeiterstolz-Kampagne von Erwin? Zu viele nervige Leute dabei. Also, keine Ahnung, ich bin kein Linker, deswegen habe ich nicht mitgemacht. Aber letztendlich hat mich vor allem gestört, dass die ganzen Leute alle komplett genervt haben und so in die Kommentare. Eigentlich genau wie beim Stolzmonat. Da muss man auch sagen, da ist der Pride Month wesentlich zurückhaltender. Aber die Leute haben es so dermaßen genervt. Warum machst du nicht beim Arbeiterstolz mit? Das gleiche beim Stolzmonat. Mach Stolzmonat hier, Stolzmonat. Stolzmonat hier und da und mach Stolzmonat. Es ist so nervig. Wie einfach, lass Leute in Ruhe. So, und allein deswegen wollte ich schon beim Arbeiterstolz nicht mitmachen. Und, ja. Und hier Ali Utlu, der hat übrigens auch einen Migrationshintergrund. Warum ist das nicht einfach egal? Ja, beim Ali Utlu ist es nicht egal. Aber das war nicht eine Art Identität. Arbeitersein ist keine Art Identität. Nein. Ich verstehe den Zusammenhang, weil der hängt mit Leuten rum, die ihn eigentlich dafür hassen, was er ist. Das ist ja erstens auf Menschen, die zugezogen sind, abgeht. Und das finde ich schon ein bisschen wirt. Und bei den Warnern weiß ich nicht. Das war so ein flapsiger Nebensatz. Ich weiß auch nicht, ob es nicht der Gregor gesagt hat. Das hatte nichts mit einer Wertung oder so zu tun. Flapsig einfach mal gesagt. Wow. Ist übrigens kein Aria. Sehr flapsiger Nebensatz. Ich habe es jetzt mal ein bisschen drastischer ausgedrückt. Das hat er nicht so gesagt, aber ich weiß nicht. Ich glaube, diesen flapsigen Nebensatz würde man von Seiten Bababatunek bei anderen nicht durchgehen lassen. Vielleicht. Das ist jetzt schon zugezogener. Einfach flapsig mal so nebenbei, was man halt so macht. Ne, ich fand es nur komisch. Also vielleicht war es nicht böse gemeint. Kann sein. Ja. Jetzt war nicht böse gemeint. Okay. Ja. Aber ich, also ich hatte schon mich gefragt, also warum stellst du jetzt diesen Zusammenhang her? Erstmal, und du hättest ja auch andere Leute reinsortieren können, weil wenn du sagst, Leute, die sich in der Öffentlichkeit mal negativ über das Wort Woke gemeldet haben, gesagt haben, naja, Teile der Wokeness oder manche nennen es dann ja Identitätspolitik oder irgendwie, also du hättest ja genauso gut zum Beispiel, du hättest auch einen J-Riddle drauf machen können, ne, oder du hättest, es gibt noch so viele, es gibt so viele, ne. Ja, frag dich mal warum, aber du hättest auch Gronkh da drauf machen können. Ja, aber was spricht jetzt, also ganz kurz, wo wäre jetzt der Unterschied, wenn J-Riddle noch mit drauf wäre? Da sehe ich jetzt nicht den krassen Punkt. Also ja, der fehlte natürlich, aber es ist jetzt natürlich kein krasser Punkt, weil wenn J-Riddle mit drauf wäre, hätte sich jetzt nichts krass verändert. drauf machen können, der war auch nicht mit dabei, aber. Gronkh, würde ich dann nicht mit drauf nehmen. Warum nicht? Was hat er gesagt, der Gronkh? Er hat gesagt, ich möchte gern Hogwarts Legacy spielen und dann hat er einen Shitstorm gekriegt und gesagt, naja, manche Leute übertreiben so ein bisschen. Nee. Er hat das Wort nicht gesagt, ist das dann der Unterschied? Der Gronkh war absolut unberechtigt, das war eine Frechheit, ja, aber der Gronkh ist eigentlich Vogue, ja, so. Er sitzt da, er sitzt im Stream und sagt, wir zocken Hogwarts Legacy und die Kohle, die wir einnehmen, werden wir an Verbände spenden, die sich für Transrechte einsetzen. Ach was, existiert Vogue doch plötzlich wieder? Jetzt doch? Ich dachte, Vogue-Ness existiert gar nicht. Es war für zwei Monate legit eure Strategie, in Talks reinzugehen und so zu fragen, na, na, was ist denn Vogue? Was bedeutet dieses Wort? Definiere, was Vogue ist. Das war eine Strategie. Jetzt auf einmal sagt er selber, das war Vogue. Äh, ja, was denn jetzt? Existiert Vogue? Existiert Vogue nicht? Weil wenn es nicht existiert, dann kann das nicht Vogue gewesen sein und wenn es existiert, dann ist eure Strategie halt einfach gelogen gewesen. Das ist ein bisschen wie Leute, die so fragen, was ist denn eine Frau? Okay. Und deshalb ist dieser Shitstorm, den er bekommen hat, noch eine größere Rechnung. Versuchen die sich Gronkh einzuverleiben? Das geht zu weit. Okay. Aber du, wie gesagt, du könntest eine ganze Menge da drauf machen. Also du hättest auch eine Sarah Wagenknecht drauf machen können oder, ne, die sagt das ja auch öffentlich mehrmals. Warum bin ich in einer Liste mit Frank Franz, aber nicht mit ihr? Die Babel, Sarah Wagenknecht wurde verkehlt. Aber das ergibt ja wenig Sinn, weil Polytopia und Imp ja ähnlich eingestellt sind wie Sarah Wagenknecht und sonst wäre halt Sarah Wagenknecht auf einer Liste gewesen, mit, äh, Frank Franz und dann hätte, hätte man so gesagt, äh, hätten sich so gewisse Streamer hingesetzt und gesagt, äh, also ein, ein bösartiger Wokist, der übrigens auch geisteskrank ist, hat soeben Sarah Wagenknecht aus dem Diskurs ausschließen wollen, indem er sie mit, äh, Rechtsextremisten gleichgesetzt hat. Vergessen. Na, aber Vergessen, okay. Du bist auch in einer Liste mit Omri Böhm. Ja, zwei Leute hat Gregor da reingebracht, äh, die, äh, ja, wieso freist dich nicht darüber? Gut. Klingt ein bisschen wie ein Alibi, oder? Du sitzt da und der Depperde Bartzeneck Nee, das kann Agi besser, das stimmt auch, das, äh, kann er besser. Ich kann die Stimme nicht machen. Ich bin richtig schlecht darin, Stimmen zu verstellen. Der wollte mich da schon wieder irgendwie framen, ja, das war, Alter, wenn du dir das anhörst, was wir gesagt haben, so, äh, der ist eigentlich clever, so, der sollte da nicht oben sein, der hat so seine Punkte, ja, das hörst du alles nicht, Gnädig. Das Einzige, was du glaubst, ist, äh, der will schon wieder miese Stimmung machen, so, und dann ist halt die Frage, ob das nicht einfach... Ja, weil das halt das ist, was... Oh, hallo, 500 Bits hier. Peanuts. Es ist Kleingeld. Mellowbeck 1.986 schickt 500 Bits, hervorragende Parodie. Ich danke dir, Mellowbeck. Ich weiß nicht, die Parodie war nicht hervorragend, weil ich diese Stimme nicht hinbekomme. Ich brauch mal einen Stimmverzerrer dafür. Aber inhaltlich wird es ziemlich nah rankommen. Ein bisschen Projektion ist von dem, was du machst. Also, du packst da irgendwie in der rechtsradikale Influencer-Kategorie, sind, glaube ich, irgendwie 20 Leute. Und dann sagst du, ja, aber ey, wir haben auch zwei Philosophen ganz unten auf der anderen Seite. Freust du dich nicht auch darüber? Du hast einen Arsch voll Rechtsradikale. Du, es wird nicht lustiger, selbst wenn du wie Dr. Hibbert lachst die ganze Zeit. Okay. Also, ich kann es ja nochmal einblenden. Wo ist es? Hier. Hier sind Omri Böhm und Susan Neymann und Alicia Joan bei Skeptik. Die vier hier unten sind bei kritisch und klug. Ja, und das stimmt schon auch. Allein die Verteilung, wie viel Rechtsextreme versus wie viel Linke. Ach so, ja gut. Wenn das das war, was Imb meinte, dann hat er da einen Punkt. Auf jeden Fall. Was ist mit den anderen? Die anderen kleben hier irgendwie unter rechtsradikale ist rechts slash rechtsextreme Influencer irgendwie drunter und also Crack Egg klebt Crack Egg klebt unter den Rechtsradikalen. Ein Crack Egg. Ein Typ, der echt noch ziemlich links ist und dafür unfassbar basiert. Klebt unter rechtsradikal. Den ich durchaus immer noch als links bezeichnen würde, aber der wirklich, wirklich basiert von den linken ist. Ja. Also ich bin noch zwei Stufen von rechtsradikal weg und hier sind dann Leute, die sind noch eine Stufe davon weg. Okay. Es wurde aber auch so gesagt, es hat niemand von uns gesagt, dass die Gefahr bei dir besteht, dass du da irgendwie in die andere Gruppe wanderst oder so. Ich glaube, bei vielen von denen, die du da einsortiert hast, besteht nicht die Gefahr, dass sie in diese Gruppe wandern. Ja, bei den allermeisten. Ich glaube, bei einem haben wir es gesagt, so. Nee, Cracky Cut hat sehr wenig Vogue-Punkte, würde ich sagen. Ich würde sagen, wirtschaftlich linke Punkte, aber Vogue ist da wirklich auch weniger als bei Erwin da, würde ich behaupten. Das ist die Tendenzgebe beim Agitator so. That's it? So, ne? Ja, fast so, als hätten diese Gruppen gar nicht so viel miteinander gemein, oder? Wer? Fast so, als hätten die Gruppen, die ihr da einsortiert habt, gar nicht so viel miteinander gemeinsam. Doch, es gibt was Gemeinsames. Die sagen das gleiche Wort manchmal und meinen damit was anderes. Wie Bartschoneck und Hitler. Beides Österreicher. Wir haben es ja gesagt, Antio und Vogue-Kritisch. So, und dann hast du welche, die eine souveräne Kritik abliefern, die man absolut ernst nehmen kann und dann, und dann hast du halt welche, die das nicht machen so. Und es ist schon spannend zu sehen, was du, äh, dieser Arschwoll, was, was, was ja auch total spannend war, ist zu sehen, was du bei diesen Rechtsradikalen und Rechtsextremen, was du dafür direkte Verbindungen in die Politik hast. Ja, die keiner von den anderen hat, oder? Fast so, als wäre das nicht die gleiche Kategorie. Äh, ne, es sind alles Influencerinnen und Influencer, sind alle. die haben eine Präsenz auf YouTube, okay, so wie jeder. Und, und wenn du dir alles angeschaut hättest, hättest du das auch mitbekommen, weil das wird genau so gesagt. Oben haben, ja, aber trotzdem sind die auf einer, ach komm, Bartunek, sei smarter beim Dummstellen, wirklich. So ist es wirklich nicht zu ertragen. Alle Verbindungen in die Politik und, und unten überhaupt niemand. So, wurde genau so gesagt, ja. Okay. Fändest du es cool, wenn ich sage, ich mach, äh, ne, Österreicher, die sich für Politik interessierend Tierlist und dann tauchst du da auf mit Martin Sellner und mit Hitler und fändest du das cool, wäre das ein guter Move. Das wäre mir wurscht. Ich habe gestern zu Ben auch gesagt, oder war das vorgestern? Das wäre mir wurscht. Mhm. Glaub ich auch. Bin ich mir ganz sicher, Bartunek. Mhm. Das wäre dir komplett egal. Ja, ja. Dann, ähm, man könnte auch sagen, wir machen jetzt hier ne Muslime Tierlist und dann packst du da irgendwie ein paar gemäßigte rein und dann packst du da Bin Laden mit rein. Da würden sich viele Leute drüber aufregen. Könntest du verstehen, warum, oder? So. Wenn die, wenn diese Liste ist extremistisch bis aufklärerisch und dann hast du unter Extremismus einen Bin Laden und dann unten einen Fahrrad Hafes. Und der würde sich riesig darüber freuen. Und dann sagst du, hey, da ist auch... Ich glaube, Bartunek muss sich jetzt aber auch sehr lange merken, was der sich hier aufbaut. Weil jetzt behauptet er, dass er das alles so sieht. Ich glaube nicht, dass es so wirklich so ist. Ich glaube, der bastelt so gerade und sagt, ja, würde ich okay finden. Ich glaube, in Wahrheit würde er es nicht okay finden. Aber er sagt das gerade so, damit sein logisches Konzept quasi aufgeht. Das Problem, was ich jetzt hier sehe, ist, dass er sich das auch auf Dauer merken muss. Der muss in ein paar Monaten immer noch wissen, was er hier gesagt hat, damit er das dann nicht versehentlich vergessen hat und dann irgendwann was anders erzählt. Mir fällt gerade auf, mein Chat ist zu weit oben. So, sorry. Der muss sich das aufschreiben. noch irgendwie auf der Liste, der voll nett ist. Also, du bist ein bisschen empfindlich, aber ich habe ja schon gesagt, das liegt an Reich Anders, das liegt an Böhmermann und das tut mir leid. einfach ein Trauma. Tut mir leid, ich wollte da keine Gefühle verletzen. Habe ich mich jetzt für verbittert wegen Kritik beworben gerade? Nee, das wollte ich nicht machen, da irgendwie dir wehtun oder so, das tut mir nicht leid. Das war nicht die Absicht. Auch nicht beim Erwin oder so. Ich hätte nicht, weder der Gregor noch ich hätten damit gerechnet, dass es so eine Aufregung gibt. Sicher hättet ihr nicht damit gerechnet. Jaja, ganz, ganz, wer hätte davon ausgehen können, dass sowas Wellen schlägt. Jetzt noch diese ganze Diskussion darüber, dass ich glaube, alle Leute, die du in die obere Kategorie getan hast, dass man möglichst viel Abstand zu denen halten möchte. Dass, wenn man von denen eine Gesprächsanfrage kriegt, dass dann die meisten Leute bei Twitch und YouTube sagen, naja, irgendwie mit dem nicht, den besser nichts mit dem zu tun haben und keine Bühne bieten und so weiter. Und du baust ja jetzt quasi eine Bühne auf, wo du uns gemeinsam draufstellst. Nee. Ja, also in Teilen sehe ich das auf jeden Fall. Also keine Ahnung, mit einem Frank Franz würde ich niemals reden. Mit anderen rechten Influencern, die ich jetzt weniger in den radikales oder extremistischen Bereich einordne, würde ich durchaus reden. So ist es ja nicht. Zum Beispiel mit Degeneration habe ich ja auch gesprochen. Ich habe kein Problem damit, mit Rechten zu reden. Oder auch mit weitaus Rechteren. solange es für mich nicht diese Grenze der, ja, der Ablehnung des Rechtsstaates und so weiter überschreitet. Übrigens habe ich auch nach links die gleiche Grenze. An einem Punkt, wo der Rechtsstaat gänzlich verachtet wird und so weiter, man für eine gänzliche Abschaffung jetzt ist quasi, da hört es für mich auf, dass ich mit irgendwelchen Personen so entspannt, ohne Vorbereitung Talk machen würde. Die Leute sind bekannt. Ich kann die Hälfte von denen nicht, also ich weiß nicht, wie bekannt die sind. Frank Franz kenne ich und Tim Kellner habe ich schon mal gehört. Okay, aber ja. Schau, wenn wir jetzt so unser, wenn wir das, du, ich und all die anderen, wenn wir sagen, das ist eine Bubble und diese Rechtsradikalen und Rechtsextremisten sind eine Bubble, dann hast du mittlerweile, hast du einige Protagonisten aus unserer Bubble, die einen direkten Draht haben zu diesen Rechtsradikalen und Rechtsextremen, aber nicht wer? Einen kritischen Draht, was ja total okay wäre. Einige, wer denn? Ich diskutiere auch mit so Leuten ganz gerne, ne? Ja, aber was meinst du mit einige? Ich glaube, du meinst einen, oder? Also auf jeden Fall. Nein, er meint Agitator, oder er meint nicht mich. Agitator am ehesten. Der Kollege Agitator, ne? Noch wen? Ich glaube, ihm will auf mich hinaus. Er hat ein paar Mal die relativ unkritische Talks mit denen gemacht. Er hat sich mit allen von denen gestritten, oder? Ja, aber diese Verbindung... Guck mal, er wollte auf mich hinaus. Imp wollte einfach mehr auf mich hinaus als Bartunek. Guckt euch das mal an. Und es ist aber nicht, dass es eine kritische, dass es eine kritische Brücke ist, sondern dass ein Teppich ausgerollt wird zum Teil. Du weißt aber schon, dass das auch sehr kritisch aufgenommen wird und einige sagen, mach das nicht. Da gab es mehrere Talks zu. Ich finde das auch gut. Ich sage das auch. Und nur, wogegen ich mich wehre, ist die Behauptung von dir, dass wir das gemacht haben, um zu sagen, das ist eine Soße. So, ne? Naja, ich habe nicht gesagt eine Soße, aber du packst halt Leute in eine Veranstaltung. Ja, der Typ hier links, meinst du? Ähm, das ist, äh, der gehört nicht wirklich zum Gespräch. Das ist so ein Anhängsel von Barbara Bartunek. Und der sitzt da. Und der ist auch dabei. Und die sagen, na, irgendwie sind das zwei Gruppen, die du hier versuchst, zu einer Gruppe zu machen. Und dann sagst du hinterher, naja, gut, jetzt sind sie hier alle abwechselnd nebeneinander und jetzt sortieren wir mal so ein bisschen. Ne, das war, und das haben wir aber nicht, es gibt einige, die drauf sind, die das auch nicht so, der Seller hatte kein Problem damit. Na, ich habe mit jemandem über Discord geschrieben, der mit drauf ist. Gut, er hat sich gefragt, warum ist er in dieser Kategorie gelandet, aber dass das so angeordnet war, hatte der kein Problem damit. So die, wer Welle macht, bist du und der Erwin so, da ist halt die große Aufregung. Der Nemesis hat sich, glaube ich, auch bei Erwin mit zugeschaltet, oder? Mag schon sein, ist mir wurscht. Es gibt da bestimmt noch ein paar andere, die halt dachten, sie geben dir keine Bühne und sie antworten dir nicht da drauf. Mir ist das inzwischen relativ egal. Ich denke halt, der Gute war so, na, egal. Kann ich ruhig machen, warum nicht? Ich kann dich jetzt... Wollen wir wetten, ob er was sagt, ob, ob, äh, Herr Lebeck was sagt? Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube nicht mehr daran, aber schauen wir mal, schauen wir mal. Du schalten, ich weiß, dass das auch Leute scheiße finden und sagen, auch nicht der schon wieder, aber denke ich, ich halte dich für nicht so gefährlich, deswegen kann man das ruhig machen. Aber ich glaube, begeistert waren dann die wenigsten von, dass sie da mit dabei waren, oder? Keine Ahnung. Du, ich war auch nicht... Kanalumfrage, ja, bitte mach das mal. Äh, Mods, falls jemand gerade da ist, der Zeit hat, wird Herr Lebeck noch etwas sagen in diesem Talk? Er sagt zum Schluss noch Tschüss oder so. Lucy, du kannst doch jetzt nicht spoilern. Äh, Lucy hat das nie geschrieben. Hört nicht auf sie, sie möchte euch reinlegen. Ich bin begeistert. Lucy Trollt. Als es diese, diese Vogue-Liste gab, so, wo die komplett, äh, unreflektiert gemacht wurde. Ich, ich war auch über einige Sachen nicht begeistert, die passieren so, ne? Ja, aber guck mal, auf der Vogue-Liste waren halt, wie gesagt, keine Leute, die irgendwie auf der Verfassungsschutzliste stehen. Ach so. Ich glaub, der von sich selber auch sagt, er ist linksextrem so. Ja, wie gesagt, die sagen alle, dass sie linksextrem sind. Wenn du irgendwie Dave oder Shuyoka fragst, dann sagen die das auch. Nein, Shuyoka sagt, sie ist linksradikal. Okay. Und das find ich aber auch ein bisschen stupid, ja, muss ich sagen. Ja, gut, aber, das sagt, glaub ich, auch ein Karl und das sagen auch noch ein paar andere. Ein Karl, der sagt, man soll irgendwelche Leute auf die Fresse schlagen, ja. Oder Neitern, der seine Flaggen abhängt, wenn Nazis zu ihm in die Wohnung kommen. Ja, aber wie gesagt, ich find das auch ein bisschen stupid, so, ja, ja, und aber nur, ich sag. Ach so, Lucy, das war nur dein Guess. Ach so, sorry, ich hatte es interpretiert, als du hättest es schon gesehen, aber gut. Sagst du dem Karl das oder rollst du ihm den Teppich aus, wenn er bei dir zu Gast kommt und sagt, dass er deinen Sketch sensationell witzig findet? Ja, der war einmal bei mir, der Karl so, und frage ihn mal, ob er mit dir reden mag oder such dir einen Therapeuten und rede mit ihm über den Karl, weil der scheint dich ja richtig fertig zu machen. Okay. Es kommt immer wieder, es ist immer wieder, kommt der Karl. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, was dich so getriggert hat. Irgendwann muss man auch mal drüber hinwegkommen. Jetzt versucht er eben einfach wieder zu framen, als irgendjemand, der persönliche Probleme hätte und der es nicht schafft, von einer Person loszukommen, anstatt inhaltlich auf das Argument einzugehen. Das ist halt leider klassisch so. Danke sehr. Möchtest du mein Therapeut werden oder soll ich mir wieder anders suchen? Das wäre nicht gut. Glaube ich. Gut. Ja, ich habe mich jedenfalls gefragt, ob du diesen Zusammenhang aufbaust. Du meinst ja, du hast das einfach irgendwie danach sortiert, ob diese Leute mal das Wort Vogue negativ erwähnt haben. Siehst du vielleicht eine Gefahr oder eine Möglichkeit, dass Leute, ein paar Leute von dieser Liste kennen und dann sagen, ach, den Bartonek mag ich nicht, aber Imp und Sinan und Bias Skeptic oder Hugo oder irgendwie ein paar von denen sind ja ganz cool. Mal gucken, vielleicht sind ja die anderen Leute auf der Liste auch ganz cool, dass du dann irgendwelche Hatewatcher anziehst, die dann vielleicht auch sich ein paar aus der oberen Kategorie mal anschauen wollen und sagen, ach, den habe ich doch schon mal gesehen. Nein, das wird nicht passieren. Nein, niemals. Gesehen. Was erzählt der denn so? Warum soll der denn so böse sein? Ist das wirklich so ein Bad Boy? Na, ich gucke mal rein. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der eine stabile politische Haltung hat oder generell einen stabilen Charakter auf diese ganze Bagage da reinkippt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber sind deine Zuschauer denn alle politisch stabil und gefestigt? Und gefestigter Charakter oder was du da gerade gesagt hast? Ich frage meine Zuschauer sehr und meine Zuschauerinnen. Ja, aber was ist mit den Hatewatchern? Deine Zuschauer im Sinne von die, die deine Fans sind, natürlich nicht. Ja, bei denen habe ich auch keine Angst. Bei denen habe ich andere Ängste, aber jetzt nicht die Angst, dass die irgendwie zu den, zu, zu, äh, zu hier, Frank Franz reinschauen. Das wird nicht passieren. Mögen, aber das war ja nicht die Frage. Ja, und ich gehe mal davon. Also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwer jetzt Schattenmacher-Fan ist oder so. Na, noch nicht. Vielleicht. Noch nicht, genau. Nee, die Sorge mache ich mir nicht. Okay. War jetzt nur so die Idee, ich habe das auch mal gehört, dass man, also du hast ja gerade gesagt, man kann mit denen diskutieren, solange man denen keinen roten Teppich ausrollt. Ich habe ja von, äh, ich glaube kürzlich war es bei Anwabel mit Ayosha, der auch gesagt hat, AfDler gar nicht einladen, zum Beispiel. Ja. Kleiner Tipp, wie man die AfD, wie man die AfD klein bekommt. Nichts machen, dass sich die AfD in die Opferrolle stellen kann. Und die AfD wie eine demokratische Partei behandeln, weil es am sinnvollsten ist, sie so zu bekämpfen. Ey, das ist mein Spruch. Faye, du hast immer noch kein Copyright auf Sprüche. Jetzt kommt es immer auf den Grund an. Du Flöte. Du Flöte. Tier unterstrich 09 schenkt Kraken, zack, ein Sub. Tier unterstrich 09 gibt die Tier 1 Sub 2 Kraken, zack. Die have given 5 Gifts, absendet Channel. Habe ich wohl. Credit skin an, an Faye. Ja. Also, man kann auch sagen, man setzt die jemandem gegenüber, der die dann zerlegt, aber da würde ich dann auch zum Beispiel sagen, dass, äh, ich sehe das nicht als meine Aufgabe, ich weiß auch nicht, ob ich das so perfekt hinkriege, wenn einer da, ähm, sich da hinsetzt, der das auch gut kann und der argumentiert dann gegen die, dann soll er das gern machen, dann mische ich mich da auch nicht ein, also als beispielsweise Thilo Jung kürzlich, ähm, den Krat zu Gast hatte, kann der machen, der hat, äh, journalistische Erfahrung, der kann sich da vorbereiten, wenn der jetzt einfach irgendwie bei einem von uns beiden zu Gast wäre, fände ich das weniger cool, weil ich einfach denke, wir könnten das beide nicht so gut. Ja. Also ich weiß nur vom Chat, der Honig war, wo ich einige, ähm, einige Sachen auf Twitter gesehen habe, einige Screenshots, äh, dass Maximilian Krat wohl sehr vogue wäre, weil er nicht ganz alle Ausländer abschieben möchte. Ich würde ich auch, den Krat würde ich auch nicht machen, so, ne? Ich diskutiere schon mit, mit Rechtsradikalen, so, na, aber... Ich fand übrigens das Gespräch, äh, zwischen, äh, zwischen... Ich hab's ja nicht ganz angeschaut, ging ja ewig, ich hab irgendwie so eine Stunde gesehen von verschiedenen Stellen. Ich fand auch nicht, dass Thilo Jung das sehr gut gemacht hat. Tatsächlich nicht, leider. Mit einem Krat würde ich das nicht machen, ja. Mit Frank Franz? Würde ich machen, ja. Warum? Ich glaub, wenn ich mich vorbereite, gut, könnte ich dem Parole bieten. Na, ich glaub nicht, aber viel Glück. Ja. Ne, ich glaub, der, ich glaub, der wird überschätzt, ja. Kann sein. Aber klar, ich mein, der ist studierter Jurist, so, ne? Also, der hat auf jeden Fall was am Kasten. Mhm. Gut, ähm, ich hatte hier mir noch eine Frage aufgeschrieben, generell zu dir. Du hast ja, hab ich neulich erfahren, ich glaube, ich hab Jan Feldsalat geguckt, du hast ja gesagt, dass du mal Neonazi warst, oder? Nö, nicht? Na. Er war mal bei Neonazis, er war mal Schwurbler, so weiß ich weiß. Was warst du? Ich hab gesagt, ich bin abgedreht, ich bin abgedreht nach rechts, ne? Und ich hab, ich war verknallt in so ein, in so ein Skin Girl und ihr Bruder war Neonazi, so. Mhm. Und, ähm, ich bin dann, ich bin dann so mit Launcetail-Pulli rum. Aber Jurist sein heißt halt auch nichts. Ja. Ja. Also zum Beispiel Müller-Römer halt, ist auch Jurist. Gelaufen und so, aber ich war kein Neonazi. Also ich mein, du hättest das so gesagt in deiner Jugend mit, ich weiß nicht, 17 oder so, hättest du dir dann irgendwie eine Glatze gemacht und irgendwelche Parolen geglaubt. so Parolen schreien oder so gar nicht, ne? Okay. Das war ein Spleen. Du, ich war, ich bin am Land aufgewachsen, ab einem gewissen Alter sind da fast alle, mit Bomberjacke rumgelaufen. Ja, das war, das, das waren 80er Jahre, äh, 90er Jahre, gerade noch Ende 80er, Anfang 90er, Niederösterreich, wo ich aufgewachsen bin. Das war durchseucht mit dieser, mit dieser Szene. Gut, ja, das war aber noch nicht die Frage. Also, äh, das hat dich aufgeschnappt, dann kennt... Stimmt, wenn, also, ihr müsst halt wissen, umso mehr Leute sich wie Neonazis kleiden und verhalten, umso besser wird das. Wäre halt viel besser, wenn das viele Leute machen mit den Springerstiefeln und den Glatzen. Dann ist es plötzlich kein Problem mehr. Ich glaube, ihr versteht den Ansatz. Ich würde mal die gewagte These aufstellen, umso mehr Leute sich wie Neonazis verhalten, umso schlimmer ist das. Aber vielleicht liege ich da auch einfach falsch. Kennt man dich ja daher, dass du überall als der Ex-Schwurbler auftrittst und immer sagst, dass du die verrücktesten Verschwörungstheorien geglaubt hast, aber jetzt zum Glück da raus bist. Das ist ja eigentlich so dein, weiß nicht, dein Gimmick gerade. Oder so deine Geschichte. Das ist Bullshit. Aber das habe ich jetzt häufiger von dir gesehen. Du warst bei hier, wie heißt sie, Jasmin Kozubek, du warst irgendwie bei die gewersten Streamern warst du zu Gast und dann war das immer, ich war mal der verrückte Schwurbler, aber jetzt nicht mehr. Aber was glaubst du denn, dass ich mich da melde und sage, hey Jasmin, möchtest du bitte mit mir ein Gespräch machen, weil ich bin ein ehemaliger Schwurbler und ich würde... Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, aber... Naja, die Frage wäre nur, wenn du... es kann es sein. Aber worauf möchte... Also, ich glaube, es ist halt einfach eine interessante Story, aber worauf möchte Imp hier gerade hinaus? Ich kenne die von früher so und glaube, es kann es vielleicht sein, dass sie sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich will die Diskussion haben mit dir. Kann auch sein. Und vielleicht, vielleicht, dass ich es als wichtig empfinde, sich sowas auch zu stellen und glaubst du nicht, ich habe genau gewusst, was da auf mich zurollt und glaubst du nicht, dass ich mich ein bisschen... dass ich ein bisschen schräg fand, dass dann so jemand wie du und der Erwin, dass ihr so auf mich abgegangen seid, wegen diesem Interview, was ich gemacht habe? Ja, ich fand es sehr lustig, dass du während Sie geredet hast, die ganze Zeit Ja, Ja, Ja gesagt hast. Ja, ich finde es auch lustig, dass du immer machst Okay, also die Frage war jedenfalls eigentlich... Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, der Herr Lebeck war kurz davor, was zu sagen. Guck mal, hier war, hier war gerade kurz davor. Okay, also die Frage war jedenfalls... Kurz davor. ...als eigentlich... Aber das wäre... Ich müsste eigentlich, ich müsste eigentlich Herrn Lebeck fragen, aber das wäre eigentlich ein gutes Emote, ein animiertes. Okay, also... Ich weiß nicht, kann man den irgendwie anschreiben? Ich will diesen Clip als animiertes Emote haben. Die Frage war jedenfalls eigentlich, wenn du ja öffentlich mehrmals damit aufgetreten bist, dass du dich gewaltig geirrt hast und komischen Ideologien aufgesessen bist, wieso bist du jetzt so sicher, dass du nicht wieder auf dem Irrweg bist? Dass du jetzt der Weisheit letzter Schluss gefunden hast und alle einordnen kannst und einen Wahrheitsanspruch hast und denkst so, ja der ist so und der ist so und der ist so und so sieht die Welt aus. Ja, ich war Verschwörungstheoretiker, ich habe, das kannst du ja auf YouTube anschauen, so ich rede da ganz offen darüber, wie ich da reingekippt bin, was in dieser Zeit passiert ist, wie ich wieder rausgefunden habe, was das für ein Prozess war. Ich treffe mich mit... Also ich würde sagen, Bartschmack ist recht anfällig dafür, irgendwelchen Leuten relativ blind zu glauben. Hab ich so das Gefühl? Expertinnen und Experten, ich rede mit denen, ich erzähle denen, was Sache war, ich treffe mich mit der Bundeszentrale für Sektenfragen, ich habe da aufgrund dieser miesen Erfahrung, die ich gemacht habe, eine Expertise und ich... Bundeszentrale für Sektenfragen. Es kommt immer auf den Grund an! Du Flöte! Du Flöte! Dasen Mais schenkt Kragek 77 ein Sub. Dasen Mais giftet et hier ein Sub. Dasen Mais, ich danke dir für deinen 33. Gift-Subs in den Channel. Vielen Dank. Kragek bedankt dich schon. Ich wüsste nicht, was jetzt meine Position wäre, die mich irgendwie nur im Ansatz in eine extreme Richtung deuten ließe. Und das würde mich schon interessieren, was ist es, was dich glauben lässt, dass ich von einem extrem ins andere gefallen bin? Welche Position von mir? Nicht vom einen extrem ins andere, aber du kannst ja in verschiedenen Stufen einfach Mitläufer oder halt unkritisch sein. Ich würde gar nicht sagen, er ist wieder in der Sekte oder wieder bei Extremisten gelandet. Ich würde einfach nur sagen, er ist wieder mal Mitläufer von einer Gruppe. Das kann eine extremistischere oder eine weniger extremistische Gruppe sein. Was immer noch nicht bedeutet, dass er kein Mitläufer ist oder dass er kritisch denkt. Nun, also, ähm, du scheinst ja doch irgendwie Anschluss zu haben an, ja, gewisse seltsame Leute und dann machst du da halt, ne, machst du da halt diese Tierlist, dann... Wer, wer, wer ist denn da? Welche seltsame... It's time for Erwin. Ähm, by the way, Chad, gerade kurz zu Erwin. Erwin hat mir geschrieben, dass er 10 Minuten zu spät kommt, aber er hat mir geschrieben, das heißt, er wird kommen. Talk geht dann wahrscheinlich nur so 45 Minuten, aber ist entspannt. Immerhin haben wir es dann mal geschafft. Vielleicht reden wir ja irgendwann bei Gelegenheit dann nochmal. Ähm, ich denke, die wichtigsten Punkte können wir dann austauschen. Er kommt aber heute. So. Ich meine jetzt nicht, dass du irgendeiner direkten Ideologie auf jeden Fall... Ja, aber von welchen... Sag einfach, welche seltsamen Leute so. Also mit den Walkies, hast du ja, den hast du ja ziemlich gut verstanden oder hast die verteidigt. Du hast mir ja irgendwie gesagt, wenn ich die kritisiere, dann warum kritisiere ich denn nicht Terroranschläge von Rechtsradikalen oder irgendwie sowas? Wenn du das ansprichst, weil das hat mich geärgert. Ich habe eine Doku angeschaut über Hanau. Ja, komm, jetzt nicht die Geschichte. Da haben wir schon Videos zu gemacht. Das muss er jetzt nicht machen. Dann schreibt jemand im Chat was von Carsten Stahl und ich sage ja, weil es einfacher ist, gegen die Walkies abzugehen. Ja, wo ist der Zusammenhang? Eine Person hat was in den Chat geschrieben. Also ich bin der Bartunek und ich habe eine dumme Person gefunden, die man mir in den Chat geschrieben hat. Aber wow. Und jetzt? Und das ist das, was ich als kritisch empfunden habe, dass nicht Hanau-Doku läuft und du sagst, man muss doch auch über die Walkies. Du hast eben gerade selber gesagt, dass du den Zusammenhang gemacht hast. Nee, nee, nee. Das finde ich richtig mies, das so zu verdrehen zu wollen. Du hast eben gesagt, dass du die Doku geguckt hast und dass du dann gesagt hast oder irgendwie aus dem Chat soll gesagt haben, mit über die Walkies aufregen. Genau, wegen Carsten Stahl. Und darauf darf man dann nicht mehr antworten und sagen, aber man kann sich doch über Walkies aufregen. Und dann schreibt jemand und da sagt der Carsten Stahl nichts bei den Walkies. Und ich habe so gesagt, ja, das ist halt einfacher. Und das hat dich so getriggert, dass du angefangen hast, dagegen zu schreiben. Und da... Ja, und jetzt? Es ist ja nicht so, dass aus dem Nichts kam jemand hat gesagt, hier Rechtsextremismus oder der sagt so, ja, aber was ist mit Walkness? Das wäre auch nur Whataboutism und Verharmlosung. Es ging einfach nur darum, dass man sowohl die schlimmen oder krassen Probleme angehen kann, als auch die weniger schlimmen oder krassen Probleme. Je nachdem, wie man das einordnet. Man darf mehrere Probleme eingehen, auch wenn der eine das eine oder wenn die meisten das eine eben für schlimmer halten oder das eine eben schlimmer ist, was auch immer. Ihr wisst halt, was ich meine. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und das ist ja... Und da haben wir eigentlich... Dadurch kam es zu diesem Zerwürfnis zwischen uns. Weil das verstehe ich immer noch nicht. Gut, haben wir aber doch schon mehrmals besprochen. Ich weiß nicht, ob es eine Chance gibt, dass wir das jemals irgendwie so erklären, dass es beide verstehen und einverstanden sind. Weil du glaubst, ich habe dich kritisiert, weil du die Walkies kritisierst. Ne, meine Kritik war auf Hanau und warum dann auf die Walkies gehen wollen. Das ist so. Ja, weil man kann halt auf Hanau und auf die Walkies gehen. Wenn so eine Doku läuft, wo es darum geht, dass die abgeballert wurden... Ja, aber wenn du den Zusammenhang... Alter, wenn Bartunek dann sagt und man darf jetzt deswegen nicht auf Walkies abgehen, dann hat er den Zusammenhang gemacht. Hey Hugo, wenn ich sagen darf, ich finde, hätte ich immer mega passiert. Schon regelmäßig deine YouTube-Videos. Mach weiter, so danke. Ey, vielen Dank, dass du reinschaust. Freut mich, dass du mich mal live erwischt hast. YouTube-Videos muss ich mich drum kümmern, weil ich war jetzt gerade erst für ein Wochenende weg, deswegen die Woche muss ich noch schauen, dass ich was hinbekomme schnell oder ich lade den Vlog auf dem Hauptkanal hoch. Keine Ahnung. Freut mich aber. Lass auch gerne bei Twitch ein Follow da und schau gerne weiter meine Videos. Freut mich immer zu hören. Jetzt kommt immer auf den Grund an! Du Flöte! Mellowbeck 1986 schenkt Evil Miss 1 ein Sub. Mellowbeck 1986 giftet Etia 1 Sub to Evil Miss 1. Die have given drei Giftsubs in der Chat. Sie haben direkt Giftsub bekommen. Großartig. Dann wäre es vielleicht okay, so ein bisschen sich zurückzuhalten in so einer Sache. Von dem Chat-Kommentar, der dann die Walkies ins Spiel gebracht hat. Nee, da ging es halt darum, das hatte ja einen direkten Zusammenhang zu Carsten Stahl und dieser Sache, weil sich der vorher so aufgeregt hat über die Klimakleber. In deinem Stream in einem anderen Video? Ja. Also Carsten Stahl ist Mühe, keine Frage, aber du darfst dich ja drüber aufregen. Okay. Also wäre ich lieber gewesen, Carsten Stahl hätte... Jetzt kommt immer auf den Grund an! Du Flöte! Du Flöte! Tier unterstrich 09 schenkt dir der Master Chain ein Sub. Tier unterstrich 09 giftet dir 1 Sub du dem Master Chain. Die helft geben sechs Giftsubs in der Channel. Danke für den Giftsub. Vielen, vielen Dank. Tier. Weiß nicht, sich über Kleberkleber geärgert, aber wäre dann zum Fernsehen gegangen und hätte sich stattdessen über Hanau aufgeregt. Nee. Was? Sondern? Hast du schon je... Hast du jemals Carsten Stahl gesehen? Ja, habe ich gesehen. Dass er sich hingestellt hätte und mal klare Kante gegen Rechtsextremismus oder gegen Verschwörungstheoretiker und Theoretikern zeigt? Nee, macht er nicht. Nee, weil der halt... Na gut, Rechtsextremismus, ich möchte nicht sagen, dass er die Community bedient, aber eine gewisse Stammtisch-undifferenzierte Community, die halt irgendwie so ein Gebrülle hören möchte, die bedient er halt schon offensichtlich. Nee, also... Das, was er macht, ist sich hinsetzen und die Grünen und die Klimakleber und dies, das Ananas. Ja, aber ich bin ja nicht Carsten Stahl, das kannst du ihm ja dann sagen. Ja, genau. Und deshalb hättest du nicht... Und weil du nicht Carsten Stahl bist, wäre es nicht notwendig gewesen, dich da irgendwie einzubringen. Naja, der Sinn war ja völlig verdreht. Also du hast ja gesagt, ähm, guck mal, hier gibt's rechtsradikale Anschläge, warum regt sich dann irgendwer über Wokies auf? Und ich habe entgegnet, man kann sich über beides aufregen und das war dein... Ja, man kann natürlich nicht als Gegenargument gegen Rechtsextremismus sagen, es gibt auch Wokies. Das funktioniert natürlich nicht. Großes Problem. Aber ich finde, nach wie vor kann man. Also ich kann mich über, über viele Dinge aufregen. Ich kann auch sagen, in Hanau knallt... Erwin wieder zu spät. Ja, wir haben gerade schon gesagt, Talk wird etwas kürzer. ...halt irgendein verrückter, ähm, irgendwelche Leute ab. Aber es gibt auch andere Sachen, die ein Problem für mich sind. Ich bin auch kein großer Fan von Christian Lindner. Der hat, glaube ich, noch keinen erschossen. Aber dann kannst du auch nicht sagen, ey, hör mal auf, ne? Also es gibt auch andere, die erschießen wen. Wenn du jetzt Lindner kritisierst, hast du mal drüber nachgedacht, wer anders macht Krieg? Oder irgendwie sowas. Ja. Ja, ist okay. Nur meiner, so wie ich es wahrnehme, gibt es eine massive Schieflage. Du hast ganz krasse, rechtsextreme, rechtse... Ach ja, wie lief, schaut rein. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob du im letzten Film auch schon reingeschaut hast. Habe ich auf der Dokumi getroffen. Der hat mir ein sehr schönes Bild gemalt. Das muss ich, das habe ich leider nicht hier liegen gerade, sonst würde ich euch zeigen. Auf Instagram hatte ich es drin. Ich muss das noch in die Highlights reinpacken, dann könnt ihr es auch immer sehen. Radikale, die versuchen, in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Da ist die Brandmauer weg, so wie ich das wahrnehme. Ich glaube, die Brandmauer heißt verbittert wegen Kritik, oder? Und stattdessen geht man halt auf die, stattdessen sucht man sich irgendwelche Leute aus dem Internet, die halt mal Hogwarts Legacy canceln wollten oder so und projiziert da die große Bedrohung der Demokratie hinein. Und das empfinde ich als fahrlässig so. Und wenn du jetzt halt Listen anfertigst mit Leuten, die untereinander kooperieren und du hast zwei Listen, also du hast zwei Gruppen, die untereinander sehr viel kooperieren, miteinander aber so gut wie gar nicht und du schmeißt die in einen Topf und sortierst die dann da ein bisschen rum und lässt es von außen so aussehen, als hätten die Leute was miteinander zu tun. Dann ist das hilfreich bezüglich der Brandmauer? Es ist auf jeden Fall hilfreich zu sehen, wie die politische Vernetzung ist unter diesen rechtsradikalen und rechtsextremen Influenzen. Die Frage ist, inwiefern und wo genau es überhaupt sinnvoll ist, eine Brandmauer zu ziehen. Also klar, ich würde sagen, bei Leuten, die wirklich Extremisten sind und Leute, die wirklich den Rechtsstaat ablehnen und so weiter, ist das sinnvoll, sogar sehr. Ich habe aber Angst, die Brandmauer nach rechts so hinzuschieben, dass irgendwie 40% plötzlich hinter der Brandmauer sind. Weil diese Brandmauer dann eben auch verhindert, dass diese 40% wieder auf die andere Seite gehen. Die Mauer funktioniert leider immer ein bisschen in beide Seiten. Also, du treibst halt einen Keil rein. Man sollte schon schauen, dass du bei dem Keil nicht irgendwie einen großen Prozentsatz der Gesellschaft abspaltest. Der sich dann logischerweise noch weiter durch diesen Keil in die Richtung entwickelt. und vielleicht ist es auch ein kleiner Denkanstoß, mal zu sagen, okay, vielleicht mal ein bisschen die Perspektive ändern, vielleicht mal ein bisschen den Horizont erweitern und schauen, was noch so abgeht. Hältst du das für möglich, dass jemand wie ich oder Erwin oder ich weiß nicht, ob es einer von den anderen noch anguckt, dass der sagt, oh, der Baba hat mich hier eine Liste einsortiert, dann sprichst du da vielleicht negativ über uns, dann haben wir vielleicht nicht das beste Bild von dir und dann kommt einer von den tatsächlich Rechtsradikalen bei uns in den Chat und sagt, aha, du bist ja auch auf der Liste, wollen wir nicht mal reden, mich hat der auch so falsch dargestellt. Meinst du, könnte das passieren? Wenn jemand komplett dumme Aussagen... Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Von Google Hub 25. Google Hub 25, ich danke dir für dein Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Leute, wenn ihr Amazon Prime Sub habt, gebt mir euer Amazon Prime Sub. Kann schon sein. Fändest du gut? Naja, die machen das eh die ganze Zeit. Ja, aber du lieferst ja Belege dafür, dass sie einen Punkt haben. Nein, weil wenn du dir das anhörst, was wir gesagt haben zu den einzelnen Leuten, die wir da verteilt haben, dann kommt eigentlich ganz klar raus, dass wir zum Beispiel auch über dich eigentlich gut geredet haben. Gut, von mir aus. Ja, aber das ist so. Und du bist nicht in der Lage, das anzunehmen. Du bist nicht in der Lage, das anzunehmen. Ja, aber das reicht halt nicht, wenn du es dazu sagst, wenn du es trotzdem gleichzeitig machst. Wenn du Leute gleichzeitig in die Nähe voneinander rückst und dann gleichzeitig sagst, ich will die aber nicht in die Nähe voneinander rücken. Das fasziniert mich. Dann mache ich einen Schwurblatt hier, alles jetzt und bei dir sage ich dann, naja, der ist nicht ganz so verrückt wie die anderen. Und sage, hey, war doch nett. Mach das halt so. Schau, du hast so, ich halte mich eigentlich sehr zurück. Ach so. Ja, ja, merke ich. Ich habe mich eigentlich lange, so was du, was du so im Dezember, Jänner über mich abgelassen hast, gemeinsam mit dem Erwin, was du über mich so abgelassen hast. Ja, ich weiß, deine Kunstfigur ist sehr dünnhäutig, wenn es um dich geht. Okay, aber... Ist ja nur eine Kunstfigur. Das ist doch dann gar kein Problem. Ey, du bist halt selber sehr, sehr, sehr gut da drin auszuteilen. Du machst da Listen mit 40 Leuten und jeder kriegt sein Fett weg und sobald irgendwas gegen dich kommt, bist du schon sehr angepisst jedes Mal. Ich habe gar nichts gesagt. Das Drama machst du jetzt. Ich empfinde dich eigentlich als dünnhäutig. Okay. Du sitzt... Sagt der dünnhäutige Imp? Ja, also... Keine Ahnung. Und dazu kann ich jetzt nicht sagen, habe ich jetzt noch nie so mitbekommen, aber es ist bei Bartonek halt schon sehr offensichtlich so. Und sagst, das ist eine Unverschämtheit, eine Frechheit hat der Bartonek wieder hochgeladen und vielleicht kann ja der, vielleicht ist, kann der den vielleicht sogar anzeigen. So. Das war, das war bezogen darauf, dass Agitator sich aufgeregt hat, wie er da dargestellt wurde. Und dass er kennt wohl einige von den Leuten, die du bei Rechtsradikal einsortiert hast. Wie gesagt, ich kenne von denen vielleicht so ungefähr die Hälfte. Ja. Ja, und also der hat gesagt, das wäre eine schlimme Anschuldigung und dann habe ich... Aus dem Diskurs ausschließen wollen. Okay, fangen wir auf damit. Da habe ich dann, glaube ich, gesagt... Also, 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 der vokistische, totalitäre Antidemokrat, ähm, Baba Bartonek möchte hier Menschen aus dem Diskurs ausschließen. Sagt, okay, wenn da einer zu Unrecht einsortiert wird, vielleicht kann er das machen. Ja. Also, ich werde dich nicht anzeigen dafür, du kannst mich gerne als Hogwarts-Legacy-Widerstand bezeichnen. Ich weiß, ich... Ist ja auch der Hogwarts-Legacy-Widerstand-Widerstand. Hogwarts-Legacy-Widerstand ist ja genau das andere Team. Aber, ich würde sagen, daraus machen wir mal den ersten Part für die YouTube-Reaction hier. Ähm, schreibt mir eure Meinung schon mal in die Kommentare. Ähm, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch diese Reaction gefallen hat. Zweiter Teil vom Talk kommt ganz bald online. Und, schaut bei Twitch vorbei, der Link ist hier onscreen. Wir sehen uns.